Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für überbackene Kartoffelnockerl. In Oberösterreich gelten Kartoffeln als Hauptspeise aus alter Tradition. Zu früheren Zeiten war der größte Teil der Bevölkerung ärmliche Bauern, für sie waren Kartoffeln ein wichtiges Lebensmittel. Überbackene Kartoffelnockerl, früher im alten Holzofen, heute im modernen Backrohr zubereitet, ist ein feines und wohlschmeckendes Gericht. Für Vorspeise 8, Hauptspeise 4 Personen werden folgende Zutaten benötigt. Nockalteig 1 kg mehlige Kartoffeln Z, B, Berber, Christa, Agria und so weiter, siehe Zutat, Liste von Kartoffelsorten. 80 g Kartoffelstärke 160 g Weizenmehl Type 405 80 g Weizengrieß Type 480 250 g Eier, Klasse, Latsch 4 Esslöffel Butter oder eine gute Margarine 100 g frisch geriebener Emmentaler oder Bergkäse aus der Region Kartoffelnockerl 200 g guten Beinschinken oder einen anderen, saftigen, echten Schinken aus der Region 4 Knoblauchzehen 2 Esslöffel Butter oder eine gute Margarine Überguss 250 ml Sauerrahm oder Schmand 300 g frisch geriebener Emmentaler oder Bergkäse aus der Region 4 Eidotter, Klasse, Latsch 4 Knoblauchzehen 2 Große oder 4 Kleinere BD-Schnittlauch 5 Große oder 2 Kleinere BD-Thymian Zum Überbacken 100 g frisch geriebener Emmentaler oder Bergkäse aus der Region Schwarze Butterflocken Weitere Zutaten Gutes Walnussöl zum Braten der Auberginenröllchen 2 Teelöffel Butter zum Braten der Auberginenröllchen Großer BD-Muskat Frisch gemahlener Pfeffer Gutes Meersalz Frisch gehackter Schnittlauch zum Bestreuen Folgende Utensilien werden benötigt Küchenwaage 2 Töpfe Kartoffelpresse oder Kartoffelstampfer Schneidebrett Messer Muskat oder Küchenreibe Käse oder Küchenreibe Gusseiserne Butterpfännchen Frischhaltefolie 2 Schüssel Schneebesen Feuerfeste Sieblöffel Pfanne Pfannenwänder Traditionell eine gusseisene Pfanne oder modern eine Auflaufform Zubereitung Vorbereitung für den Nockerlteig Alle erforderlichen Zutaten genau abwiegen und bereitstellen Die Kartoffeln als Pellkartoffeln zubereiten Unbedingt mit Schale kochen, da die Kartoffeln sonst noch mehr Wasser aufnehmen Das Mehl sieben, damit der Teig richtig locker wird Die Eier gut vergrillen Den Käse fein reiben Die Knoblauchzehen fein hacken Die Butter im Butterpfännchen flüssig werden lassen Nockerlteig Die Kartoffeln durch die Kartoffelpresse auf ein Brett drücken oder mit dem Stampfer fein stampfen Achtung! Keinen Mixer verwenden, sondern wirklich stampfen, da sonst der Teig nicht locker, sondern zäh und klebrig wird Auf dem Brett verteilt erkalten und trocknen lassen Die ausgekühlten, geschälten Kartoffeln mit dem Mehl, der Kartoffelstärke und dem Grieß in einer Schüssel vermengen und mit Salz, frisch gemahlenen Pfeffer und Muskat je nach Geschmack abschmecken Die Eier in die Mulde gleiten lassen Mit der Kartoffelmehlmischung vermengen Den Käse sowie die flüssige Butter zugeben und rasch zu einem Teig durchkneten Sollten die Kartoffeln zu feucht gewesen sein und der Teig kleben, noch etwas Mehl zugeben, bis der Kartoffelteig genügend Bindung hat und nicht mehr klebt Den Teig etwa 20 Minuten mit Frischhaltefolie abgedeckt ruhen lassen Vorbereitung Überguss Die Eier in der Kartoffelmehlmischung